Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dorne, das viele Lichtjahre von zuhause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dorne dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Jemadar zuvor gesehen hat. Aha. Rote Alarm und so. Das haben sie gut gemacht, Meshk. Meshk! Ich bin so übergegnet, dich zu sehen! Ich kann nicht glauben, dass diese Liberation ist. Das ist Patterson. Greenville. Ich habe es erst einmal gesehen. Ich höre wieder meine Brüder. Vielleicht hätte ich nicht so bereit sein, die Hoffnung zu verhindern. Ich werde sehen, dass die Ataunti-Leute ernsthaft deine Prozess betrachten. Das klingt gut. Es zu erwägen ist ein guter Anfang. Sehr gut. Tja, wir werden von Admiral Tuber gerufen. Auf den Schaum! Wir wussten, dass die Ataunti-Leute problematisch sein wird. Du hast sehr gut gemacht, mit einer sehr schwierigen Arbeit. Äh, ja, war nicht einfach, aber ging. Ähm, Echo lassen wir, ja, nächstes Ziel und so. Okay. Neelix, Dr. Captain. Nicht jetzt. Ähm, Neelix, Dr. Captain Kim. Das wird nicht so ganz einfach. Die werden auch kompliziert. Und Dr. ist unerfahren. Dann würde ich den Doktor vorziehen. Äh, so. Wir sind, ähm, äh, Pribel-System eingetroffen. Admiral Tuber hat gesagt, dass der Doktor zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgreich ein Hierarchie-Schiff infiltriert haben wird. Und auf unser Signal wartet. Ja, dann lassen wir ihn nicht warten. Signal an Doktor senden. Äh, in Ordnung, Doktor. Klären Sie uns über die aktuelle Situation auf. Äh, in Ordnung, Doktor. Klären Sie uns über die aktuelle Situation auf. Das ist die Crew. Ich beginne eine Review von der Cost-Analysis Matrix, das ist was sie benutzen, was sie zu entscheiden, ob eine bestimmte Kurse-Aktion wird profitabel. Jetzt, ihre Schiff ist jetzt silent, das bedeutet, dass sie sie cloaked, und alle höher-level Computer Funktionen sind Locked Out. Ich brauche diese zu complete meinen Review. Ihr braucht sie zu convince sie zu decloak. Heil sie. Show sie sie nicht genug ist, zu hide sie von der Alliance. Dann könntest du sie zu überzeugen werden. Das klingt ganz gut, äh, dafür sind wir gekommen. Das Schiff ist aktuell bei einem der Nav-Beacons in dieser Region des Spaces. Geht einfach zum Nav-Beacon, und ihr bekommt ihre Aufmerksamkeit. Hm, klingt gut. Wir haben die Koordinaten, das sollte sie Wache tun. Ah, okay. Ah, irgendwie schon. Ja. Ah, da ist es schon. Ah, da ist noch ein kleines Stück weg. Ah, das passt schon. Äh, es dürfte wohl reichen, wenn ich sage, dass sie, äh, zu lokalisieren nicht mehr als ein Kinderspiel für uns war. Wir suchen die Hierarchie, der Allianz beizutreten und uns gegen die Bedrohung durch die Vadwar zu unterstützen. Dann werden wir auch unsere Fähigkeiten mit ihnen teilen. Hm. Don't tell us your secrets and we won't tell you ours. As for your offer of an Alliance. Give me a moment to consider it. Ein Moment, ja. Die Hierarchie ist consulting the cost analysis matrix. This is exactly what I needed. Hm. This is going to take some time. We'll need to stall them while I get what I need. Äh, die Zeit ist um. I am sorry, but the Hierarchie has evaluated the investment needed for such an undertaking. And we find that the Alliance ships are simply outmatched by the Vadwar. There's no profit in losing. We'll stay out of this fight. Äh, es tut mir leid, doch ich stimme dem Ergebnis ihrer Analyse unserer Fähigkeiten nicht zu. I have an idea. Follow my lead. Äh, sie geben die Anweisung? Okay. Ähm, äh, perhaps we could arrange for a demonstration of their abilities. I could reroute the cloaking device through our main deflector dish and create convincing holographic targets for them to fight. Klingt wie eine vernünftige Idee. You, you could do that. Very well. That will show us what these Alliance ships are capable of. Then we'll run the numbers again. Are you ready to prove your worth? Na, aber selbstverständlich. Sie haben keine Ahnung, wozu mein Schiff in der Lage ist. Two holographic Borg probes? Coming up. Na, alles klar. Borg probes? Hm, hardly a challenge. I want something big. Give me a Voth-Balwark. Also, I don't care if they can just defeat the hologram. I want to see how well this person works with their crew. Anyone can throw firepower at something. It's another thing to be a good manager of people. Woth-Balwark? Nun gut. Damit werden wir fertig. One Voth-Balwark. Coming up. Alles klar. Roter Alarm. Okay. Geht mal los, meine Kinder. Bevor ich da bin, will ich, dass da schon ordentlich Schaden passiert ist. Ja, das macht ja gut. Der ist tot, bevor ich da bin. Fängt die nicht kaputt, weil die es heilt. Ja, irgendwas muss noch auslösen. Kriegen wir hin. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Lorbo. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben. Äh, Doktor Bergen. Den brauchen wir noch. Äh, es ist Admiral Tuva, Captain. Er möchte mit Ihnen sprechen. Ja, dann auf den Schirm. Excellent work, Doctor. Your recordings of the hierarchies cost analysis matrix will be a great benefit to Starfleet intelligence. And you. I must say, bringing the hierarchy into the alliance is quite unexpected. I thought it would take weeks of back channel negotiations to make any progress with them at all. Thank you for taking a risk. Your show of power must have been most impressive. Geht schon. Geht schon. Aber trotzdem, danke Admiral. Äh, Echo. Next. Äh, bereit Befehle. Natürlich. Äh, Neelix und Captain Kim. Hmmm. Ich würde tatsächlich zu Kim gehen. Das ist ein Handelsding und Neelix ist als Botschafter eigentlich wirklich gar nicht so doof. Besonders mit Handelsdudes. Daher würde ich zu Kim gehen, weil der hat sämtliche Kazon-Sekten, äh, vor sich und das ist nicht so ohne. Äh, Sir, wir sind im, äh, Bre-Mark-System angekommen. Äh, eingetroffen. Äh, sieht so aus, als ob Captain Kim derzeit mit den Kaisern verhandelt. Äh, sehen wir doch mal, ob er Hilfe braucht. Glad to see you. It seems the Kazon don't believe we have enough ships to stop the Vodwar. I keep telling them we'll have the numbers if we work together, but they keep insisting they need more information. Ja, okay, Kazon. Hier spricht erster Stachel von der USS Stone. Wie Sie sehen können, hat die Allianz keinen Mangel an Schiffen. More ships. I demand to see more. Äh, wir schaffen es nicht, die gesamte Flotte auf einmal hierher zu befördern. Unsere Scouts haben reportiert, dass Voyager in der Delta Quadrant wieder sehen wird. Wir wollen das Schiff sehen. Voyager? Captain Kim? Das ist eine merkwürdige, spezifische Forderung. Ja, ich wundere. Ich werde etwas versuchen. Dinge werden vielleicht heißer sein, wenn meine Beispiele richtig sind. Ja, okay, wir werden bereit sein. Nelik, der USS Voyager ist nicht bereit. Wenn es etwas über sie gibt, was Sie wissen müssen, kann ich diese Fragen ansprechen. Ich wurde auf Voyager während ihrer Zeit hier in der Delta Quadrant beraten. Das war zu einfach, Kim. Du sagst mir? Warte einen Moment. Sie haben gerade ein kodiertes Signal. Es ist ein Schiff, gerade außerhalb der Sensor-Range. Wahrscheinlich wartet, dass Voyager zu kommen. Aha, gelber Alarm. Es ist schlecht. Captain Kim, kennen Sie diesen Käsern aus Ihrer Zeit hier? Ja, tut er. Ich weiß nicht. Sie haben mich an ein Schiff. Sie wissen mein Name. Aber ich weiß nicht, wer Sie sind. At least, gib mir die Courtesie von der Mannen, der mich zu töten. Mein Name ist Sesson. Aber das bedeutet nichts für Sie. Sie wissen meine Mutter. Sie haben mit ihr mit ihr gearbeitet. Sie haben mit ihr gearbeitet. Sie haben mit ihr gearbeitet. Sie haben mit ihr Kapitän Janeway's hatred und Prejudice und hat sie sich in den Käsern in Exil mit der Käsern gegangen. Sie war ein brav und unverlässiger Käsern. Sag mir, Captain Kim. Hast du schon immer gedacht, was du mit Seska getan hast? Seska wird auf ewig nur Probleme bereiten, ob sie nur da ist oder nicht. Seska, dann musst du... Wir wussten nicht, dass du noch immer wieder жив bist, Seska. Dein Vater hat dich genommen, als er Voyager verlassen hat. Die friedlichen Föderation überlebt. Ich lebe und führe nun die Kaisern Nistrim an. Ah, Captain Kim mit Seska reden lassen und die Zeit nutzen, um einen anderen Kaisernmarch zu kontaktieren. Okay. Ja, dann. Mein Klan hat über einen neuen Planeten genommen, aber der Klima ist arid in den Wasser, in短em Worte. Über ein hundert von deinen Terraforming-Systems verändern wird unsere Prospekte besser. Wenn du sie mit ihnen verbreitest, werde ich die Loyalität der Kaisern Nistrim anbieter Ihnen jetzt, als auch die Säte von allen Klanen, die unsere Anlie sind. Oh, das Erste kann ich gar nicht machen. Ja, wir haben diese Anzahl an Terraforming-Systemen und werden sie Ihnen überlassen, wenn Sie der Allianz beitreten. Was müsste ich denn theoretisch getan haben, um das machen zu können, frage ich mich. Es tut mir leid, aber wir haben nicht so viele Terraforming-Systeme. Vielleicht können wir Ihnen etwas anderes in Gegenleistung bieten. Ja, aber offensichtlich habe ich die nicht. Wie unverfassend. Die Kazon-Nistrom haben uns ein paar Ressourcen gelegt, aber der Preis ist hoch und Sassin ist nicht der größte Vertrag, der mit dem zu tun. Aber sie sind bereit, uns zu helfen und Sie sind nicht. Ich verstehe. Ich hoffe, dass wir uns auf andere Weise einigen können. Schilds auf, Ridd alert. Ich wusste, Kazon hat einen Rund. Oh. Ja, das lief wohl schief. Das waren die Nistrim. Kazon-Olga, Kazon-Pommer. Ichze für die Verläss Zealand-Soft. Sage Sessin bearbeitet ein sehr starker Kraft über den Rest der Kazon-Clans. Ich hoffe, dass meine Aktionen hier kann euch informieren, dass unser Willen zu unterstützen gegen den Vadoar ist ehrlich. Die Kazon sind sehr factional. Ich kann es glauben, dass Sessin sie stark verarmt hat, wie sie es getan hat. Ich möchte den Kazon-Okong und den anderen alliierten Kazon zur Allianz. Okay, dann bin ich einverstanden. Ich habe gehört, dass du den Kazon R'Lora versuchst, um die Allianz zu sein. Ich hätte es helfen können, aber ich hatte meine Hand mit Sessin und den Kazon Nistrum. Sessin ist beschäftigt mit Voyager. Ich weiß nicht, was sein Vater ihm über uns erzählt hat, aber Seska war ein Thorn in unseren Seiten für die meisten unserer ersten Zeit im Delta-Quadrant. Sie war sicherlich nicht die Victim. Sie war der Aggressor. Es sieht aus, dass ihr Volk von Voyager auf ihren Sohn verabschiedet wurde. Ich wünsche, dass sie ein besseres Liege gehabt hätte. Ich werde ich zurück zum Admiral Tuvok in dem Allianz-System. Bis zum nächsten Mal. Also, beziehungsweise die Föderation an sich. Bei den anderen Graben war ich ja nicht dabei, auch wenn die jetzt nicht so gut waren, aber wir haben sie eigentlich im Grunde genommen den ganzen Stammbaum ausgerottet. Das klingt sehr nach Föderation, oder? Ja, gut. Ja, verstanden, Captain. Äh, Echo? Wir haben noch ein Ziel. Dann gucken wir noch, ob wir Nelix irgendwie helfen können. So, wir sind im Nelix-System eingetroffen. Das Gebiet ist eine Brutstätte für Hazari, Kopfgeldjäger und Piraten. Da führen die Betaner hier regelmäßig Säuberungsaktionen durch. Das Shuttle von Nelix wartet hier auf uns. Ja, dann treffen wir uns mit Nelix und sehen mal nach. Ob er Hilfe braucht. Oh, die März. Gen. Mach ich einfach mal. Okay. Danke. 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 Vielen Dank. MeIST. Ich freue mich ab. Ich hoffe, es ist ein schönes Reich. Dann wünsche ich dir gute Glück. Deine Offenheit ist komplex. Aber wir haben einfach keine Hilfe, um dir zu geben. Alle meine Ressourcen müssen auf die Benthans auf unsere Nacken fokussiert werden. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Äh, ich bin immer noch dabei, mir einen Reim auf das alles zu machen, Idran. Die Benthans haben meistens ein Schiff, die diese Umgebung des Systems patroleren. Es ist eine neutraler Grund. Aber sie wissen, was in neutralen Umgebungen passieren kann. Das Schiff sollte die Benthans einfach ein Auto für uns kontaktieren. Das letzte Mal nicht so gut mit den Benthanern und... Die Benthans haben ein nahes Eindruck auf dieses System. Hier sind viel Geld gemacht. Hm. Und ich glaube beim letzten Mal habe ich die vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht einfach so nutzlos irgendwelche Leute töten wollte, die tatsächlich Verträge hatten. Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe und das könnte mir jetzt Probleme bereiten. Hm. Tja. Was soll ich da sagen? Die Verbindung zum Benthanischen Oberjustizier wird hergestellt, Captain. Na dann auf den Schirm. Ich bin High Justicar Methan. Ich wurde gesagt, dass ihr mit einem kritischen Thema zu sprechen müsst. Äh, wir bauen eine Allianz auf. Dabei könnte ich ihre Hilfe gebrauchen. Oh? Wie können wir euch unterstützen? Wir versuchen die Azari anzuwerben. Sie haben allerdings eine Liste von Forderungen. Äh, wenn sie einen Blick darauf werfen könnten. Äh. 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 Äh, vielleicht müssen sie nicht allen zustimmen, was erscheint denn akzeptabel. Wenn die Azari, äh, sich uns nicht anschließen, werden wir sie womöglich auf die Seite der Erwart war schlagen. Äh. 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 Wir haben also eine Abmachung. Äh. 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 Aber war nichts mit Kampfen, ne? Und du? Ja, festnehmen. Ich stehe neben ihm. Muss da jetzt auch wieder der rote Alarm erst weg? Scheint so. Dann warten wir mal, wie üblich, auf den roten Alarm. Düm, da-düm, 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 da-düm. Fine, fine, fine. I won't lose my ship and crew for this. You've beaten me. Äh, als Hilfsagent der Betanwache stehen Sie hier mit unter Arrest. Senken Sie Ihre Schilde und bereiten Sie sich auf den Transport in unsere Arrestzelle vor. What? The Benthens? I thought I'd be going to one of your prisons. Äh, werden Sie sich freiwillig stellen? Lowering shields now. Just don't vaporize me. Das ist sehr kooperativ von ihm. We should take our prisoner to that Benthens-Patrolship. Das ist, äh, richtig. Nee, ich will nichts markieren. Danke. So. Den Gefangenen rüber beamen. Und Nelix kontaktieren. Die Hazari seht ein bisschen zu glücklich über dieses Ergebnis. Selbst wenn Yadren nicht Nikedrin mag, ich dachte nicht, er wäre so schnell, ihn zu den Benthens zu geben. Hm. Sie müssen ihn wirklich gehaßt haben. I don't think that's the case. Rufen Sie, äh, Yadren. Wir müssen miteinander sprechen. On behalf of all the Hazari. Thank you for delivering that Gratok-Nikedden to the Benthens. Was ist los? Warum sind sie alle so euphorisch? Oh, was kann es jetzt herstellen? Wir haben einen airtighten Kontrakt. Erinnerst du die holle Emitter, die wir von dem Ferengi bekommen haben? Er hat uns auch einen tollen, persönlichen Größen mit einem low-emissionen-Power-Pack. Wir haben ihn in eine Ketten gegeben. Genau jetzt sollte er aus der Brücke schlippen und in die Crew von dem Benthens-Kruiser, den du ihm auch geliefert hast. Ein Spieger auf dem High-Justicar-Ship. Wir wissen alles. Was? Wir müssen die Benthaner sofort darüber unterrichten. Nicht so schnell. Unser Kontrakt schreibt spezifisch, dass du nicht in der Sache von Kapitän Nikedden unterrichtest. Once you have delivered him to the Benthens, telling them would be the very definition of interference. Obwohl ich es nicht mag, können sie ihren Spion behalten. Die Watt war zu stoppen, ist eine größere Bedeutung als ihre nichtigen Spielchen. Hm. Wen kümmert der Vertrag? Ich werde die Benthaner informieren. Der Vertrag ist schon wichtig. Oh, das ist schwierig. Eigentlich müsste ich es denen sagen, aber die werden es sowieso feststellen. Also ich würde jetzt, ob es schon ist, ich es nicht mag, können sie den Spion behalten. Und das ist fertig. Ich werde dich wieder in Voyager treffen. Ja, Captain Admiral Tuwak möchte mit ihnen sprechen, ja. Ich verstehe, dass die Hazari die Verwaltung der Allianz benutzt, einen Spion auf dem Benthaner und dass ihre Kontakt mit uns verhindert wird, wenn wir den Benthaner über ihre Präsenz informieren. Glücklich haben wir unsere eigenen Operativen in der Hazari-Organisation. Sie werden die Effektivität der Hazari-Spion behalten, während sie sie noch als ein Tool zu nutzen, um gegen die Wadwar zu nutzen. Das ist gut. Alles klar, Admiral. Äh, Echo. Ziel. Zu USS Voyager zurückkehren. Natürlich. Nun, die Allianz steht. Wir haben unser Bestes gegeben, Admiral. Wir können auf ihr Befehl hin aufbrechen, Captain. Ja, System verlassen. Nun, damit haben wir diese schwer diplomatische Quest auch schon abgeschlossen und warten noch kurz auf unseren Allianz-Kontakt. Und die gute Janeway will nicht reden, also muss ich das zwangsläufig tun. Und wir haben damit die Quest-Allianzen abgeschlossen. Diplomatie ist nur selten ein einfacher Prozess. Laut den Berichten, die ich von Ihnen und Tuwak erhalten habe, haben wir hier noch ein wenig Fortschritt gebracht. Die Wadwar haben in der Vergangenheit fast alles verloren, als sich ihre Feinde gegen sie verbündeten. Und trotzdem wollen Goal und seine Scherven nun wieder in den Krieg ziehen. Wir müssen eine Streitkraft von ausreichender Größe aufstellen. Sonst können die Wadwar dieses Mal Erfolg haben. Brr, brr. Das ist ein Textfehler. Ähm, sorgen wir dafür, dass das nicht passiert. Janeway, Ende. Okay. Und wir bekommen, äh, dies und das. Und Personalbelohnungen, Hierarchie, äh, Hierarchie-Officer. Nja. Okay, und ja, wie gesagt, damit sind wir durch mit der Quest-Allianzen und, äh, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer weiteren Quest im Delta-Quadranten. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis bald und, äh, tschau, tschau. Moit für mögliche Äh, tschau, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 www.playstation.com